Ich denke nicht mehr an meine Familie, meine Mutter, ihre Männer und ihren Tod. Ich denke nicht an meinen Bruder, er ist nicht so allein wie ich. Er hat seinen Sohn und sein Heroin. Ich denke nicht an meinen kleinen Bruder ohne Namen. Und dann kommt Ivan. Es ist Ivan, den ich sehe. Submarino. Das neue Buch des dänischen Autors Jonas T. Bengtsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017